Chaitanya's 8 Strophen der Unterweisung Chikshastakam Chaitanya Charit Amrita Antjalila 20.3-45 20.12-52 Die in den Bengali-Text eingefügten 8 Sanskrit-Strophen sind als Chaitanya's eigene Unterweisung wohlbezeugt. Ruhevoll beginnt Chaitanya seine Unterweisung. Er ist im Bewusstsein der Weltenlehrer, der Avatare des finsteren Zeitalters zu sein. Und er stellt anfangs in einer vielstufigen Strophe die immer stärkere Offenbarung der Bhakti-Shakti-Gottes-Star, die beim andauernden Sankirtan Krishnas erfolgt. Doch bei seiner Schilderung der Macht und Herrlichkeit des Sankirtan gerät er rasch in andere Bhavas, in das Bewusstsein, ein Bhaktar, ja, ein Bhaktiloser Jiva zu sein, der zu Gott um Bhakti fleht. Zuletzt kommt er wieder völlig in das Bewusstsein seines Wesens als Radha. Das Shikshastakam führt in seinem Verlauf immer tiefer in die Dramatik der Chaitanya-Lila hinein. Die Bengali-Strophen, die auf die Sanskrit-Verse folgen, entfalten deren Motive weiter. Sie dienen überdies dazu, dass auch jene Bhaktars, die sich mit dem Chaitanya-Charit-Amrita befassen und der Sanskrit-Sprache nicht oder nur mangelhaft kundig sind, doch die volle esoterische Substanz erhalten. Zu beachten ist, dass nur die beiden vertrautesten Freunde, Svarupa Damodar und Rai Ramananda, die Chaitanya's innerstes Geheimnis kennen, Zeugen dieser Szene sind. Erster Sanskrit-Vers des Shikshastakam Das Sankirtan Shri Krishnas siegt als das Höchste in einer besonderen Weise. In Klammer, es stellt alles andere in den Schatten. Es bedeutet das Putzen des Spiegels des Chitta, 1. Das Auslöschen des großen Waldfeuers der Wandelwelt, in Klammer Bava, 2. Die Gabe des Mondlichts für den Lotus des wirklich Wertvollen, 3. Die Lebenskraft der Frau, Weisheit, 4. Es macht den Ozean des göttlichen Glücks des Dienens anschwellen, 5. Mit jeder Silbe lässt es den Raser in seiner ganzen Fülle kosten, 6. Es macht die Atmast aller Baden, 7. Die vorherstehende erste Strophe der acht Verse der Unterweisung bedarf einer eingehenden Erklärung. 1. Die innerste Schicht des Geistes, Chitta, wird oftmals mit einem Spiegel verglichen. Ein klarer Spiegel vermag eine Sache, wenn sie nahe genug ist, treu wiederzuspiegeln. Doch zur Spiegelung der Sinnenwelt bedarf das Chitta der Vermittlung durch die Sinne. Und diese Spiegelung ist überdies stets in Teilbilder zerstückelt. Nur einer ist dem lauteren Chitta ganz nahe und vermag mit Ausschluss alle anderen Dinge, das Chitta vollkommen zu erfüllen. Es ist Bhagavan Krishna, der von Raum und Zeit Unbeschränkte, der Immerdar und Überall Seiende, der Nächste des Nahen. Aber der Spiegel des inneren Bewusstseins, Chitta, ist gleichsam mit Schmutz bedeckt, mit den Eindrücken aus zahllosen Leben des Atmer in Reichen der Gottabgewandtheit. Es sind Eindrücke, die zu Lustkeimen und Hasskeimen, in Klammer Vasana, und zu Lebens- und Denkgewohnheiten, Samskara, geworden sind, die den Spiegel des Chitta mit einer immer dickeren Schicht der Unwissenheit bedecken. 2. Die Wandelwelt des endlosen Kreislaufs der Geburten und Tode ist eine Welt des brennenden Dürstens nach Genuss. 3. Sie wird seit Alters her mit einem Waldfeuer verglichen. Dieses Waldfeuer, der von einem selbst herbeigeführten Qualen, macht den Shiva unfähig zum Innerwerden seines eigenen Wesens als ewiger Atmer, dessen Natur sein Erkenntnis Glück ist. 4. Der Atmer, der sich einst in freiem Willen von seinem eigenen Urgrund abgewandt und sich mit ganz wesensfremden Leibeshüllen identifiziert hat, 5. Verstrickt sich in unmittelbarer Sucht nach Genuss immer tiefer in die Welt von Zeit und Raum und physischer und psychischer Materie, der er gar nicht zugehört. Die Folge ist Furcht und Leiden. 5. Der Shiva ist in seiner inneren Natur nach dazu bestimmt, mit Hilfe der Kraft der überweltlichen, dienenden, erkennenden Liebe, Prima, die ihm geschenkt werden kann, Krishna in Ewigkeit vertraulich zu dienen. 6. Aber wenn der Wald im Feuer des Begehrens Vasana brennt, vermag der Gedanke, an solches Dienen gar nicht aufzukommen. Es bleibt nur das Brennen und von der Anlage des Shiva, ein Diener Krishna zu sein, bleibt nur die Asche übrig. 7. Aber wenn es lange Zeit heftig regnet, vermag selbst ein großes Waldfeuer zu erlöschen. 8. Durch ununterbrochenes Sankirtan Krishnas hört die Qual der Wandelwelt auf. 9. Ein leichter Regen vermag ein kleines Feuer auszulöschen, aber keinen Waldbrand. 10. Ebenso vermögen Tröstungen und Ermutigungen durch andere Menschen, ihre materielle Hilfe, Medizin und so weiter, das verborgene Leid des Shiva, seine qualvolle Bindung an eine ihm fremde Welt nicht fortzunehmen. 10. In der Welt hält der Mensch viele Dinge für das wirklich Wertvolle und für das Heil. 11. Aber diese Dinge binden ihn nur noch fester an die Wandelwelt und nähren die Flammen der Qual. 11. Das wirklich Wertvolle muss etwas Dauerndes sein, nie in Leid umschlagen und es muss so beschaffen sein, dass das endlose Rennen nach vergänglichem Glück endlich aufhört. 12. Im Sinn der Unterweisung Chaitanyas ist das einzig wirklich Wertvolle das Dienen Krishnas. 13. Aber der Shiva vermag erst dann zu dienen, wenn er weiß, wer er selbst ist und wer Krishna ist und welche wechselseitige Beziehung zwischen Shiva und Bhagavan besteht. 14. Dann erst kann sich der Wille zum Dienen wahrhaft entfalten. 15. Die Sehnsucht nach dem wirklich Wertvollen, die bisher in Gier nach Genuss verkrampft an die Wandelwelt gebunden war, wird von Chaitanya mit einem Lotus verglichen, der sich in der Stille der Nacht aufrichtet und der aufblüht, wenn das Licht des Mondes auf ihn scheint. 16. Wenn der Spiegel des Chita lauter geworden ist und das Brennen der Wandelwelt aufgehört hat, ist Sankirtan wie Mondlicht für den Lotus, der sich entfaltet und sich in Sehnsucht zu Dienen, Krishna zuwendet. 16. Das Wesen der Bhakti ist Licht der Erkenntnis. 17. Außer Bhakti zu Krishna gibt es überhaupt kein Wissen, sagt Rai Ramananda, denn Krishna ist der Urgrund aller Dinge. Im Bhagavatam 11.29.32 spricht Krishna. 18. Wenn einer den Nektar der Unsterblichkeit trank, was soll er noch zu trinken begehren? 19. Wenn einer mein göttliches Wesen weiß, was soll er noch zu wissen begehren? 20. Dieses Wissen, das Bhakti ist, wird von Chaitanya mit einer edlen Frau verglichen, die von Natur zart ist. 20. Auch zart zu anderen, dem Dienen gewidmet, lieblich, voller Freude und immer durch ihr Lächeln erfreuend und immer befließen, sich schamhaft zu verbergen. 21. In wessen Chita sich die Königin Bhakti aus Gnade offenbart hat, der wird seinem Charakter nach so wie diese Frau Weisheit. 22. Bakti selbst. Sankirtan ist die Lebenskraft dieser Bakti. 23. Fusenote 574 Frau Weisheit, Vidya Vardhu 5. In der ersten Vershälfte wurde das Weiten der Erkenntniskraft Gottes, der Vamvit Shakti, geschildert, die im Verlauf beharrlichen Sankirtans immer mehr zutage tritt. Hier war vom Sankirtan als einem ausgezeichneten Mittel die Rede, das dazu helfen kann, diese herrliche Kraft Bhagavans zu empfangen. In der zweiten Hälfte der Strophe jedoch ist Sankirtan nicht mehr ein Mittel, um zum Ziel zu kommen, sondern nun ist Sankirtan selbst das Ziel geworden. Nicht nur die Erkenntniskraft Gottes, sondern auch die Freudenkraft Bhagavans, die Ladini Shakti, offenbart sich. Die Sonne der Bremer Bhakti geht auf, damit ist Erfahrung verbunden, dass der Name Krishnas und Krishna selbst völlig eins sind. Nun ist das Dienen des Namens zum unermüdlichen, freudigen Dienen von Krishna selbst geworden. Dieses Glück wird mit einem grenzenlosen Meer verglichen, denn die Bremer Bhakti in jedem der fünf Staiwavs ist wie ein unendlich weites und unergründlich tiefes Meer. Und wie der Mond das Meer anschwellen lässt, sodass es voll mannigfaltiger Bewegtheit wird, so wird das Dienensglück des Bhaktar durch Sankirtan in mannigfaltiger Weise gesteigert. 6. Die Fülle des Nektars Purna-Amrita ist Krishna, der die Nektargestalt aller Rasas genannt wird. Göttliche Fülle bedeutet gemäß Priyat Aranyaka Upanishad 5.1.1, dass wenn man von der Fülle die Fülle wegnimmt, doch die ganze unendliche Fülle verbleibt. Denn die Fülle ist in jeder Weise unerschöpflich. Daraus folgt, dass die göttliche Lieblichkeit des ganzen Namens in jeder Silbe enthalten ist. Unter dem Einfluss starken Primas geschah es, dass Chaitanya den Namen Chaganats nicht vollständig aussprechen konnte. Er stammelte nur Jaja-Gaga und doch erlebte er die göttliche Lieblichkeit des Namens in dessen ganzer Fülle. 7. Das Wort Atmer bedeutet hier, wie auch sonst oft, die Hüllen, den Leib, das Mana, das Chitta, die Buddhi und den Atmer selbst. 8. Seit anfangsloser Zeit sind der Leib, das Mana und die Sinne vom Feuer der Wandelwelt gebrannt worden. 9. Sankirtan des Namens aber, und wenn es nur ein Tröpflein ist, kühlt und läutet den ganzen Menschen bis in die letzten Zellen und Poren und gibt den Atmer seiner ewigen Bestimmung zurück. Es ist, als hätte Krishna Chaitanya mit den Worten der Strophe, dass Sankirtan Sri Krishnas siegt als das Höchste in einer besonderen Weise einen verborgenen Segen über alle Jivas in der Wandelwelt ausgesprochen. 9. Chaitanyas Erklärung Die Folge des Sankirtan ist die Vernichtung aller Vasanas und der Bindung an die Wandelwelt. Darüber hinaus die vollkommene Läuterung des Chitta und die Frucht aller Methoden der Bhakti wird erreicht. Prema zu Krishna geht wie die Sonne auf, der Raser des Prema wird gekostet und das wirkliche Kommen zu Krishna wird erlangt. Man taucht in den Nektarozean des Dienens ein. Während Chaitanya in der ersten Sanskrit-Strophe der Unterweisung die Herrlichkeit des Gottesnamens verkündete, veränderte sich sein Bhav und er kam ins Bewusstsein eines Bhaktar. Und er klagte, dass er nicht genug Bhakti habe. Dann entstanden in Mahabrabhu die Sancharibhavs Prema Bhakti, sich erbärmlich fühlen, Dainya und Niedergeschlagenheit, Vishada, und er rezitierte seinen eigenen Sanskrit-Vers. Wenn man den inneren Reichtum dieses Verses erfasst, verschwinden Leid und Kram. Der zweite Sanskrit-Vers Du hast deine vielen Namen auf viele Art und Weise offenbart. Und du hast in diese Namen deine ganze eigene Shakti hineingegeben. Und für das Durchdenken der Namen gibt es keine zeitbestimmende Regel. So groß, o Bhagavan, ist deine Gnade. Aber mein Schicksal in dieser Geburt ist ganz entsetzlich. Denn in mir ist keine begeisternde Liebe zu deinen Namen entstanden. Im Sahasranams-Dotram des Mahabharatam werden mehr als tausend Namen Gottes, Vishnus, aufgezählt. Jeder der zahllosen Atmers hat zumindest potenziell seinen eigenen Charakter und gehört einem bestimmten Aspekt Gottes und einem bestimmten Reiche der Ewigkeit zu. Der besonderen Sehnsucht nach einer bestimmten Art des Dienens, die sich in einem Atmer, der Dienerkraft, Bhakti-Shakti empfangen hat, entfalten kann, entsprechen die vielen Namen Gottes. Wer Mukti begehrt, dem wird der Name Mukunda in Klammer der Mukti-Geber besonders lieb sein. Wer mit allen seinen Sinnen Krishna dienen möchte, dem wird der Name Go-Vinda besonders lieb sein. In Klammer Go-Sinne-Vid oder Binda ist gleich der Kenner, der Beherrscher und so weiter. Chaitanyas Erklärung Beim Essen, beim Ausruhen, wo man auch sein mag, kann man dem Namen dienen. Es gibt keine Beschränkung für Zeit oder Ort. Überall und immer gibt der Name, was man begehrt. Bhagavan gab seine ganze Schakti in die vielen Arten seiner Namen. Mein schlechtes Geschick besteht darin, dass ich keine begeisternde Liebe zu dem Namen habe. Vernehmt nun Svarupa und Ramerei, in Klammer Ram-Ananda, in welcher Weise man dem Namen zu dienen hat, damit Prema erstehe. Der dritte Sanskrit-Vers Man soll sich noch viel erbärmlicher dünken als ein Grashalm. Man soll noch mehr ertragen als ein Baum. Man soll nicht Ehre erwarten, sondern anderen Ehre erweisen. So soll man immerdar Haris Kirtan tun. Chaitanyas Erklärung Obwohl man selbst der Höchste ist, hält man sich für erbärmlicher als einen Grashalm. Dem Baum soll man ähnlich sein in einer doppelten Weise. So wie ein Baum, auch wenn man ihn abschlägt, nicht sagt, und auch wenn er vertrocknet, nicht um Wasser bittet. Jedoch alles, was er hat, anderen gibt, die es begehren, und der Hitze und Regen erträgt, und noch andere vor Hitze und Regen schützt. Ein Vaishnava, obwohl er der Höchste ist, soll ohne jeden Stolz sein. Er soll jedem Jiva sein Achtung zollen, da er weiß, dass Krishna in jedem Jiva seine Wohnstadt hat. Wer in solcher Art dem Namen Krishna dient, in dem entsteht Prima zu den Lotussen der Füße Krishnas. Fußnote 578 Solange der Atmer sich mit Leib und Geist identifiziert, besteht Stolz aufgrund von Wissen, Besitz, edler Geburt und so weiter. Und solange dieser Stolz anhält, kann man nicht in rechter Weise Kirtan tun. Während Prabhu so sprach, steigerte sich sein Bewusstsein der Erbärmlichkeit, und er fing an, Krishna um Bhakti zu bitten. Der vierte Sanskrit-Vers O Herr der Welt, ich begehre nicht Reichtum, nicht Nachkommen, in Klammer oder Jünger, nicht eine schöne Frau oder Dichterkraft. Doch möge ich von Geburt zu Geburt motivlose Bhakti zu dir, dem Herrn, haben. Motivlose Bhakti bedeutet, frei zu sein, vom leisesten Lohn erwarten. Der lautere Bhaktar bittet weder um Erdenglück, noch um Befreiung von der Wiedergeburt oder Leidfreiheit. Chaitanyas Erklärung In einem Übermaß des sich-erbärmlich-Fühlens bittet Prabhu von Neuem um das Geschenk der Bhakti eines untergeordneten Shiva, welcher der Wandelwelt zugehört. Der fünfte Sanskrit-Vers O du Sohn Nandas, in Klammer Krishna, Ich bin in Wirklichkeit dein Diener. Doch ich bin in den Ozean der Wiedergeburten gestürzt, der voller Gegensätze ist. Habe Gnade zu mir und betrachte mich als ein Pollenstäubchen, das an den Lotussen deiner Füße haftet. Chaitanyas Erklärung Ich bin dein ewiger Diener, doch habe ich dich vergessen und bin ins Meer der Wandelwelt gestürzt und durch die Maya gebunden worden. Habe Gnade zu mir und mache, dass ich einem Pollenstäubchen am Lotus deiner Füße gleich werde und dass ich, der eigentlich dein Diener bin, dir tatsächlich dienen kann. Und wieder erhob sich stärkstes Bewusstsein, dass er einen längeren Zeitaufschub nicht mehr ertragen könne, in Klammer Utkanta, und gleichzeitig des sich erbärmlich Dünkens, den ja, und er bittet darum, mit Prema Sankirtan Krishnas tun zu können. Der sechste Sanskrit-Vers Wann werden meine Augen beim Dienen deines Namens mit einem Strom unablässiger Tränen überschwemmt sein? Wann wird mein Mund mit brechender Stimme stammeln und mein Leib mit sich sträubenden Herrchen bedeckt sein? Die drei Sadvigabavs, Tränen, brechende Stimme, Herrchensträuben als äußere Anzeichen der zu Rasa gewordenen Prema-Bhakti. Chaitanyas Erklärung Ohne den Reichtum des Prema ist das armselige Leben umsonst. Mache mich zu deinem Diener und gib mir das Geschenk des Reichtums von Prema. Einleitung zum siebten Sanskrit-Vers Chaitanya weiß ich nun völlig als Radha, die von Krishna getrennt ist. In einen anderen Rasa versunken, leuchtete Bewusstsein der Trennung Radhas von Krishna auf. Und in den Sanchari-Bhavs des Nicht-mehr-ertragen-Könnens der Trennung und der Furcht vor einer Katastrophe, in Klammer Odvega, und der Verzweiflung, Vishada, und des sich erbärmlich Dünkens, den ja, tut er, Pralapana. Fußnote 582, Pralapana, Dem Außenstehenden, fast Irr erscheinendes Reden in höchster Prema Bhakti. Der siebte Sanskrit-Vers Durch die Trennung von Govinda, in Klammer Krishna, ist mir der Bruchteil eines Augenblicks wie ein Weltalter. Meine Augen sind wie der Regen der Regenzeit und die ganze Welt ist leer. Chaitanyas Entfaltung des Verses in Bengali-Strophen Der Tag des Nicht-mehr-ertragen-Könnens Odvega geht nicht vorüber. Ein Augenblick wurde einem Weltalter gleich. Die Augen regnen Tränen wie die Wolken der Regenzeit. Die drei Welten sind leer, Wie Stroh im Feuer verbrennt mein Leben und doch geht es nicht dahin. Einleitung zum 8. Sanskrit-Vers Um Rathas Prema zu prüfen, war Krishna dem Anschein nach gleichgültig. Alle Freundinnen Rathas sagen zu ihr, Höre auf, dich um Krishna zu kümmern. Ratha geriet in tiefe Überlegung und in ihrem lauteren Herzen offenbarte sich der Präma, der ihr von Ewigkeit her Wesenseigen ist. Fußnote 585 Lauteren Herzens Das heißt, in diesem Herzen ist außer Präma überhaupt nichts da. Offenbarte sich wörtlich ging auf Odaya. Mehrere Sancharibhavs Abneigung Irrsya gegen die Freundinnen, deren Rat sie als ein Vergehen gegen Krishna ansah, nicht ertragen können von Zeitaufschub und der Wunsch, etwas Unerhörtes zu sehen oder zu hören Utkanta und sich erbärmlich dünken Denya und bescheidene Scheu Vinaya und in kühner Verwegenheit das Aussprechen, was man im Herzen fühlt Brauda gehen in dramatischen Widerstreit gleichzeitig in Rathas Herzen auf. Aufgrund von allen diesen Bavs wurde Rathas Geist unstet und in Erwiderung auf den Rat der Freundinnen sagte sie die folgende kühn verwegene Strophe, worin sie ohne jede Zurückhaltung ihr Herz aussprach. In demselben Bava, in dem Radha diesen Vers sagte, sprach Mahababu den folgenden Vers. Beim Aussprechen dieses Verses entstanden in Mahababu genau die gleichen Bavas wie in Radha. Der achte Sanskrit Vers Ob er mich umarmt, die seinen Füßen ergebene, oder ob er mich zermalmt und mein innerstes Wesen verwundet, weil er sich nicht sehen lässt, so oder so möge sich der Unersättliche, der Lüstling verhalten. Er ist doch der Herr meines Lebens und kein anderer. Der Sinn dieser Strophe ist außerordentlich ausgedient. Ich werde in Kürze sagen, denn ich vermag den Sinn dieses Verses nicht auszuschöpfen. Fußnote 587 in der Mahd-Ausgabe nicht enthalten, nur bei Radha gewinnender Naht. Weitere Entfaltung des Verses Ich bin eine Dienerin der Füße Krishnas und als Dienerin ist es meine Pflicht, mich durchdienen, um sein Glück zu bemühen, was immer er auch tue. Krishna ist die Gestalt der Fülle des Glücks aller Rasas. Ob er mich umarmt und mich als sein Eigen annimmt, oder ob er sich nicht einmal zeigt und meinen Geist und meinen Leib zermalmt und vernichtet, er ist doch der Herr meines Lebens. Da er einander ist, muss ich seine Dienerin alles, was mit ihm zu tun hat, auch mein Unglücklichsein als Raser erleben. Mein Glück besteht in seinem Glück. Wenn er mich umarmt, wird er Raser erleben. Wenn ich fern bin, wird er Raser erleben. Auch mein Leid ist von ihm aus gesehen höchstes Glück und dadurch mein höchstes Glück. O Freundin, vernimm meine endgültige Entscheidung, ob er immer frische neue Liebe, Anuraga, zu mir hat oder ob er mir Leid gibt, er ist der Herr meines Lebens und niemand sonst. Die folgenden Strophen führen in das verborgene Drama der Erotik des Absoluten. Wenn er andere Frauen im Stich lässt und sein Leib, sein Herz mir ganz untertan ist und er mein gutes Glück sichtbar macht und allen anderen Qual gibt und hier mit mir spielt und es alle Frauen sehen lässt in Klamadira Lalita oder ob er ein Lüstling ist oder einer, welcher der Geliebten liebe Worte sagt, aber wenn er nicht gesehen wird, ihr Unliebe Dinge tut in Klamad Sadha oder einer, dem man die Zeichen der Liebschaft mit einem anderen klar ansieht, der aber ohne Furcht kommt und lügt und sehr gewandt ist im Lügen und sich reinwaschen will durch große Worte in Klamad Trishtha oder ob er das eine sagt, aber etwas anderes denkt, und mit anderen Frauen spielt und mir seelische Qual gibt in Klamad Kapata er ist dennoch der Herr meines Lebens Fußnote 588 gemäß der esoterischen Rasa Lehre offenbart sich Bhagavan Krishna der die Allfülle ist in der inneren Lila in vielen Seinsweisen des göttlichen Helden er ist zum Beispiel als Rama er ist zum Beispiel als Rama voll Selbstbeherrschung vermag Qual zu ertragen überlegt überlegt bei allem was er tut das für und wieder einer Sache und ist voll bescheidener Scheu in Klammer Tira Shanta er ist unergründlich tief voller bescheidener Scheu voll Barmherzigkeit hält zu dem was er versprochen hat rühmt sich nie selbst und ist sehr stark innerlich und äußerlich in Klammer Tira Udata er ist erfahren in den 64 Künsten frisch jugendlich sehr gewandt im spaßen ohne zu überlegen und ist der geliebten untertan in Klammer Tira Lalita in der Entfaltung des Schringara Rasa weist sich der göttliche Held unter anderem auch in den in der vorherstehenden Strophe gekennzeichneten Rollen als Shatha und Tristha und so weiter doch entsprechend der Definition für ganz lauteren Prima kann das Band der Liebe zwischen Radha und Krishna nie zerstört werden auch wenn alle Ursache zur Zerstörung vorliegt mein eigenes Leid rechne ich nicht ich begehre einzig sein Glück sein Glück ist mein Lebensziel wenn er mir Leid bereitet dann ist dieses Leid das edelste Glück das ich denken könnte zu